Jojo Leute, drop den Like, drop den Abonnenten, aktiviert die Glocke, um nichts weiteres mehr zu verpassen. Außerdem, joinet doch mal in Discord, um bei diesen Trolling-Videos mitzumachen und nun viel Spaß, kurz geht raus. Möchten sie einreisen? Ja. Okay, alleine oder ist irgend... Alleine? Ich hab keine Freunde. Äh, hätte ich gern einmal ihren Ausweis? Ja, aber natürlich. Shish! Hier wird ja RP gemacht. Haben sie super gemacht. Wie war denn ihr Flug bis hier? Okay, ich nehm alles wieder zurück, sie schwebt einfach in der Luft. Ha, Bruder, Einreise in zwei Minuten bestanden, saßte. Also der andere, der gerade auch die Einreise macht, ist schon seit zehn Minuten in dem Raum dringend. Ich hab einfach Speed-Einreise gemacht. Einmal, hallo der Herr, was machen sie hier? Ähm, sie sehen mir sehr professionell aus. Ähm, kann man sich bei ihnen als Admin bewerben? Bei mir? Ja. Na. Ne, wieso denn nicht? Ja, weil ich das nicht kann. Ich bin bei der La... Wie, du kannst es nicht. Ja, ich bin bei der La-Familie. Nicht bei den Admins? Ja. Wie, du bist nicht bei den Admins. Zieh mal deinen Anzug kurz an. Ich hab keinen... Du hast einen Anzug. Doch. Jetzt zieh den mal an, du musst ihn anziehen. Wenn ich dich darum bete, musst du ihn anziehen. Steht im Regelwerk. Ich hab das nicht. Doch, hast du. Du weißt schon, dass du grad einen Bibelbruch machst. Eid, Admin. Dafür wirst du gebannt. Ma, bist du deppert. Bin kein Admin. Doch, bist du. Du darfst es nicht machen. Du musst es jetzt sagen. Ma, wir nicht fre. Das ist verboten. Ja, was ist verboten? Ey, soll ich gleich in die Suppe gehen und mich beschweren? Dann wirst du deinen Admin-Posten los. Ja, das ist mir wurscht. Ich bin eh kein Admin. Doch, du bist Admin. Ich seh's doch. Traust du nie die kurz umdrehen? Soll ich mich umdrehen? Traust du nie. Hier, da hast du dein Umdrehen. Ey, was hieß mit dir? Was ist mit dir, hä? Willst du dich boxen? Ah, nein. Ah, ah, ah. Ich hab miese passiert. Hallo, das durftest du gar nicht. Das war RTM. Das ist RTM. Das darfst du gar nicht. Das darfst du nicht. Ich geh jetzt in den Support. Okay, du sollst einmal in den Support kommen. Doch, du musst in den Support kommen. Supportflucht. Hallo. Ich bin gerade in den Support. Du musst da reinkommen. Das ist auf Go-Pro. Das ist verboten. Du bist da, wer du riecht bist. Du kriegst ein Permabon. Jetzt hab ich meine Ehre wiederhergestellt. Hallo, der Polizist. Hallo. Hallo. So. Hallo. Hallo. Wie viele Geiseln habt ihr denn? Ich hab 20 Geiseln. Ja, ich hör sie. Ich hab 20 Geiseln. 20 Geiseln? Ja. Ja, das ist ja wunderschön. Und ich hab ihnen alle 20 Geiseln, wenn sie sich auf den Boden setzen, den Choo-Choo-Zug machen. Den Choo-Choo-Zug machen? Ja. Das würde ich zu gern machen. Ja, dann machen sie es. Aber ich weiß nicht, wie das geht. Das müssten sie mir einmal vormachen, bitte. Ja, sie setzen sich auf den Boden und machen Choo-Choo. Äh, Choo-Choo. Skr-Skr. Das ist immer noch nicht der Choo-Choo-Choo-Choo. Achso, das ist falsch. Ja. Das tut mir leid. Dann kann ich das wohl nicht. Okay, dann machen wir was anderes. Ich sehe, sie sind, sie sind ein, ähm, ein Engel. Und ich möchte mich gern bei ihnen bewerben. Wollen wir das schnell machen? Und dann kriegen sie 15 Geiseln. 15 Geiseln. Wenn ich mich gut als Engel bei ihnen bewerben darf. Okay, wenn sie mir 15 Geiseln geben, dann, äh, nehme ich sie wohl unter meine Fittiche. Okay, dann kann ich Admin werden. Klar. Oh mein Gott, ja, ich bringe ihnen die Geiseln. Hier hast du deine Geiseln. Da hast du sie. Oh oh. Oh oh. Okay, ich schaff's nicht mehr. Ich muss jetzt kämpfen. Ey, das werde ich niemals schaffen, Mann. Hilfe. Lassen Sie mich. Ey, Mann, das war voll uncool von euch. Macht es dir Spaß, äh, im Fall der P zu machen? Nee. Nicht? Nee, ich bin ganz traurig. Dann kannst du zu Hause in deine Ecke rein. Viel Spaß dir mit deinem Mann. Tschüss, Baby. Hallo, kann man hier irgendwo P-Dealer werden? Hallo. Oha, Bruder, das ist eine Aufstellung. Sie werden mich niemals finden. Ich bin da, wo sie mich nicht finden können. Brumm, brumm. Hallo, ich kann sie sehen. Nein, bitte tut sie mir nichts. Freiheit, schnell weg hier. Ähm, ja. Kannst du mal die Dame töten? Nein, darf man nicht. Die 15.000 Dollar. Ernsthaft? Ich hoffe, deine Mutter? Ja, ich schwör. Ist schon, ist schon scheiße. Bitte, die Nerv, komm, bitte. Ja, das machen sie super. Oh oh. Jetzt wurde, oh nein, oh nein. Komm, wir sind es. Oh. Was will denn die Polizei von mir? Was will denn die Polizei von mir? Hörst du auf, oh. Die schießen ja einfach schnell weg hier. Man, die schießen ja nicht mal auf meine Reifen, sondern die schießen einfach auf mich. Oh, schnell weg hier. Reiner, oh mein Gott, ich bin im Kopf. Ich bin im Kopf. Ich bin im Kopf. Schnell weg hier. 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 Oh, Junge, die treffen mich. Hilfe. Hilfe. Ich fahr um mein Leben. Ich fahr um mein Leben. Hallo, wo war denn der Call? Und ich wurde hier einfach zurückgelassen. Die haben mich einfach nur verfolgt, um mich zu töten. Hallo, wollen Sie einreisen? Ja, jetzt noch nicht. Kommen Sie mit. Sie sehen keine Einreisung. Doch, bin ich. Nein, Sie sehen komisch aus. Sie sehen scheiß aus. Wie, wie sieht sie komisch aus? Sie haben ein Loch in Ihrem Bauch. Sehen Sie das hier vorne? Das darf ich so. Nein, das darf ich nicht. Doch, das darf ich. Nein. Oh. Hallo, was machen Sie da? Nein. Kommen Sie erst mal in der Ausreise. Ich gehe gleich dafür sorgen. Einreise, hier ist ein Troller. Hallo, möchte ich gern Polizist werden? Kommen Sie mit. Der wird mich jetzt safe verpetzen und bannen lassen. Weil ich wurde hier gerade eben schon mal gebannt. Kommen Sie rein. Mensch, man muss eine Bewerbung machen. Hallo, ich möchte mich gern bewerben. Hallo. Dann machen Sie das doch. Ja, hallo. Einmal bitte bewerben. Sind Sie gerade OOC vom Tisch weggegangen? Sind Sie gerade im Kopf? Ja, warten Sie. Ja, warum? Sie dürfen doch nicht während der Situation in den Kopf gehen. Natürlich. Nein, das ist verboten. Sehen Sie, das Verboten ist, der da macht. Das ist verboten. Das ist schlecht. Dann können Sie mal kurz in den Nebenraum gehen kurz. Warum? Gehen Sie mal kurz. Hallo, können Sie kurz rausgehen aus dem Raum? Oh nein, wo bin ich denn hier gelandet? Der wird mich jetzt safe verpetzen und bannen lassen. Hallo, ist hier ein Ladenraub? Ja. Ist hier ein Ladenraub? Ja, was denn sonst, Alter? Ist hier ein Ladenraub? War ich weiter. Hallo, ist hier ein Ladenraub? War weiter, habe ich gesagt. Hallo, warum sind Sie denn so böse zu mir? Drift-Attacke. Super-Power-VDM-Attacke. Hallo? 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 Sie müssen schon mit mir reden. Hallo? Man hört Ihre Tastatur, das dürfen Sie nicht. Was haben Sie gesagt? Man hört Ihre Tastatur, das dürfen Sie nicht. Was ist denn die Tastatur daher? Eine Tastatur vom PC, Halb. Was ist denn ein PC daher? Hä, ein PC? Ein PC haben Sie kein PC. Nee, habe ich nicht. Können Sie sich keinen leisten. Sie können Sie kriegen, Verdiener. Was ist das? Was muss ich das tun? Nein. Hier. Nein, bitte. Hier hast du den A-Koll. Ist das? Ah, gar kein Call. Bin ich im Video? Jetzt schneide ich die aus dem Video raus. Nein, warte, ich bringe die zu Matt. Ja, dann bringen Sie mich sofort zum Medic. Aber sofort. Als auch du das bist. Hallo? Stopp. Hallo, Sie dürfen mich nicht verfolgen. Das ist verboten. Doch. Die Situation wurde aufgelöst. Sie kommen jetzt mit. Nein. Ah. 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 Nein, 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 nein. Ja. Nein, nein, nein. Nein, nein. Bitte. Wir dürfen uns nicht töten. Hier kannst du ruhig stehen bleiben. Wir dürfen uns eh nicht töten. Das ist verboten. Das ist ein bisschen gut. Ah. Ja, jetzt habe ich sie. Ja. Ja. Hallo. Ich habe alles erreicht. Jetzt muss ich weg. Oh nein, der hört sich so an, als du an Atmen. Bitte nicht. Drei, zwei, eins. Und ich rieche den Bann so dick. Okay, anscheinend habe ich doch noch keinen Bann bekommen. Hallo. Sofort da. Pfeilen Sie sich. Boah. Schneller. Hallo, ich warte hier. Ja, Sie müssen sich mal kurz bedrücken. Bitte, kommen Sie schnell. Ist das der, der hier so rumbrüllt? Ne, das war der hinter mir. Nein, war ich nicht. Jetzt lüge nicht. Wann habe ich geschrien? Ja, die ganze Zeit. Nein, nein. Kollege? Man hört euch nicht, falls du mir was sagen möchtest. Äh, hallo, hallo, hallo. Kollege? Hallo? Ähm, du brauchst heute die Schild 3.0.5. Ah, okay. Kajus, Attacke, Kajus. Macht sie fertig. Attacke, Kaju-Angriff. Situation beruhigt, Kajus. Hallo? Wenn du dir eine andere Hose anziehst, ja. Ey, die Hose ist voll krass. Nee. Ich bin ein Basketballer. Fühle ich aber nicht so. Darf man hier kein Basketballer? Ja, was interessiert es mich, ob sie es fühlen? Ich muss es fühlen. Ja. Ich möchte aber, dass du dich gescheit anziehst. Hä, wir sehen immer aus. Ich bin ein Basketballspieler. Einreiß? Ich bin ein Basketballspieler mit T-Shirt. Was ist jetzt dein Problem? Ja, wenn du so mit mir redest, weißt du nicht. Ich weiß meinen Style.